Am heutigen Freitag, 24. März, wurden von offizieller Seite die Nominierungen für die am 12. Mai steigende Filmpreisverleihung bekannt gegeben. Für die diesjährige 73. Ausgabe ist das Kriegsdrama im Westen nichts Neues für zwölf Preise nominiert und dominiert schon im Vorhinein die renommierteste Auszeichnung für den deutschen Film. Nach den BAFTAs und Academy Awards scheint die Remark, Roman, Verfilmung auch bei der nächsten Preisverleihung abzuräumen. Auf den Anti-Kriegs-Film folgte das Klassenzimmer mit sieben Nominierungen. Auch die Verfilmung des Felix, Lobrecht, Romans Sonne und Beton kann sich durch vier Nominierungen berechtigte Hoffnungen auf eine Lola machen, ebenso wie das Historiendrama Sissiich und der aufgrund deutscher Produktionsbeteiligung im Original auf Persisch und in Jordanien gedrehte Holy Spider des dänisch-iranischen Regisseurs Ali Abbasir über Prostituierten, Morde im Iran. Fatih Ekin Trattar, Boppik Reingold ist als bester Film nominiert, jedoch in keiner anderen Kategorie. Im Westen nichts Neues ist der Favorit unter anderem in den Hauptkategorien bester Spielfilm und beste Regie, die beste Kamera und Hauschka für die Filmmusik. Für den besten Haupt- bzw. Nebendarsteller sind Felix Kammerer bzw. Albrecht Schuch nominiert. Letztere wurde 2020 bereits als bester Nebendarsteller ausgezeichnet und gewann vergangenes Jahr seine zweite Lola als beste Hauptdarsteller für seine Verkörperung von Thomas Brasch in Lieber Thomas. Das biografische Drama erhielt ebenfalls zwölf Nominierungen, wovon es neun gewann. Rekordhalter mit zehn Preisen sind der Krimi nachts, wenn der Teufel kam von 1957 und der 2009 erschienene Schwarz-Weiß, Film Das Weiße Band, eine deutsche Kindergeschichte.